Jetzt McDonalds und äh... Jetzt haben wir das geliehen. Oh, was man jetzt hat. Genau. McDonalds hält der Farm. Oder so, genau. Soll ich Unmod machen? Ja. Aufnahme beginnt in 3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen hier bei einer neuen Session TTT, also Session Aufnahme. Oh Gott. Dabei die... Ich glaube wir sind jetzt komplett, oder? Ja. Wir sind ganz komplett. Das heißt, wir haben Krötchen, wir haben Stu, wir haben Venius, wir haben Bastian, wir haben Miskokuloris, wir haben den Ranger, wir haben Dalmarock und ich hoffe, ich habe jetzt alle aufgezählt, weil es doch sehr viele Namen sind. Hallo, Mascha. Es wird noch chaotischer als Murent schon werden. Ich freue mich schon wieder, dich so zu ärgern, Mascha. Das für eine Pisswaffe. Hä? Mascha ist ein Dangerous mit 5. Hallo, Mascha. Geh weg! Wo auch immer du bist, geh weg! Ich fühle mich immer so paranoid, wenn Dalmar mitspielt. Hallo. Mascha. Äh. Es ist bei mir. Lui, Lui. Ich glaube, Venius oder Stu ist Traitor. Hier springt einer vom Auto zum Dach. Ja, wir können da machen, was sie wollen. Wir sind immer Traitor bei dir. Natürlich, das hat sich in der Vergangenheit auch immer bewiesen. Coca-Cola, schönen Marken, äh... Kann ich bei dir was bestellen hier? Kröte! Lui? Ja. Ja. Jetzt darf ich dich aber wirklich den auch umbringen, ne? Wenn du das betust, dann darf ich das. Doch, dann darf ich das. Dann darf ich das. Nein. Doch, dann darf ich das. Das war doch nicht. Wenn du fällst, dann darf ich das. Nein. Entschuldigung, Lui. Das ist doch meine Maus, die ganze Zeit. Ich bin in die Wurlösung. Wer schießt hier? Alter. Du hast es gerade gar nicht damit, dass ich dich geschubst habe. Hier hoch, dit. Lui, man hört dich nicht. Nee, ich hab auch nichts gesagt. Ich hab nur geschossen. Was? Oh! Oh! Das ist Blut. Ich bin satt. Ich hau ab. Tschüss. Hammer, aber erst mal bezahlen, nöger. Nee. Willst du mich erschießen schon wieder? Ja. Nur für Angestellte. Nur für Angestellte. Ah, ich hab sogar die Wahl, ja. Oh, oh, das Gesundheit der Blutza. Tschüss, bei mir. Ist das Schrotmoni? Oh, hier ist Schrotmoni. Geil. Gar kein Problem. Nee. Lass mich raus da immer. Come run. Da war ein Baseballschläger. Noll? Von wem? Ja. Ich hab... Ich hab'n Dete gesehen. Da unten sind ganz schön böse Leute. Ich will da nicht runter. Erschießt du mich jetzt? Ich hab keine... Ich bin nicht Traitor. Nimm den Dings auf. Den... Den... Den Schläger. Ah, hast du schon. Gut. Niii, ich gucke noch rein. Wie geht ihr da hinten so rum? Ach Gott, ja, nee. Ich hab gar nicht gesehen, dass die Aufnahme schon... Weil das jetzt weiter geht hier. Ich hab dir die ganze Zeit zugezwinkert. Ich hab, ich hab grade, äh, eine Dose aufgemacht. Ich hatte grade Dose. Und da hab ich mir ne Dose aufgemacht. Weißer, Bier, weißer. Bier, Bier, Bier... Oh, eh. Nee, Alter. Komm mal gucken. Komm mal gucken. Komm mal gucken, Winter. Komm mal gucken. Guck mal mit. Winter, guck mal. Oh, du lebst noch. Guck ins Klo. Hallo? Ja. Ist das lecker, oder? Ey, ich hätte die Dete locker umbringen können einfach. Hui, da ist ne Kackwurst im Klo. Dem Kröti vertraue ich grade mal. Ach, oh, scheiße, hier oben ist jemand tot. Fuck, ich hab's gar nicht mitbekommen. Was? Wer ist durch? Ja, Masha ist es denn, oder? Was? Ja. Wenius waren hier oben. Ja, ich war dort oben, aber ich bin dann runtergegangen, als der Polizist, wollte ich grad sagen. Als der Dete dort rumgeflogen ist, bin ich runtergegangen. Der Almarock schießt hier. Der ist ja heute sehr schießwütig. Nicht nur heute, nicht nur heute. Wo ist der Masha? Ich bin hier unten. Aber ich bin runtergegangen, als der Baseballschläger war. Ich war vorhin mit Wenius oben, ja. Ja, deswegen werde ich dich jetzt umbringen, sobald ich dich sehe. Okay. So, ich probiere auf Dachs aufzukommen. Da bist du ja! Hallo? Du hast keine Beweise dafür, dass ich es war? Ja, natürlich. Welche Beweise? Nur weil er mich als letztes gesehen hat, heißt das nicht, dass ich Traitor automatisch bin. Ihr habt doch nur gesagt, ihr wart da oben alleine. Ja, ich bin aber dann runtergegangen. Das kann genauso sein. Der Ranger hatte... Basti, du kommst... Basti, du kommst... Basti, du kommst übers Männerklo nach oben aufs Dach. Achso. Dann hast du den Flug überlebt. Ich wollte einfach mal probieren. Ja, ist ja okay. Weil ich zufälligerweise wieder auf dem Auto gelandet bin. Da war der Sprung nicht so weit. Oh, wie schön. Ah, Schiete. Ich hab gar nicht mehr gerechnet, dass da dann was von hinten kommt, ey. Ich hab mal hinter ein Schild versteckt gehabt. Da eben was ist. Da gibt's nur noch. Bink bong bong, bink! Bink bong, bink, bong! Wan, warum sind doch hier so so eine Dogenwaffe? Jetzt... Du hast nicht den Boden berühren! Ja, wieso... Der Boden ist Lava. Der Boden ist Lava! Männer-Klo. Ich muss mal kurz. Musst mal kurz. Ja, dann geh mal kurz. Du bist in die Lava gefallen! Der Boden ist Lava. Achso, Leute, ich hab euch gesucht da unten. Wo spielen die denn? Ist das nicht mal so ein Kinderspiel? Oh, ich komm noch gar nicht hoch. Das ist ja cool. Achso, der Boden ist Lava. Ich dachte da unten. Kannst du mich bitte nicht schubsen? Äh. Wer ist da gerade in den Truck reingesprungen? In den Truck? Ich! Ich bin das und ich bin das. Wurde Gott. Das war luftangriffen, Masha. Ich merk's schon. Du hast irgendwie was gegen dich, kann das sein? Äh, 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 äh. Nicht suchen. Kröte mag mich nicht. Wir bekommen zusammen ein Kind. Ach doch jetzt wieder? Hast du mich verziehen? Kröte hat gelieicht, oder was? Wer, wer, wer war das denn? Sehr gut. Masha is dangerous. So dangerous. We're in the game. Hä, was ist das denn, wie eine Hose? Hast du mich gerade nicht sehen? Was ist das? Was ist das? Ich stand direkt vor dir. Aua, ich hab mich jetzt hier runtergeschubst. Oha. Oha, ich könnte schon wieder runterheben. Ich hab das richtig gesehen, ey. Ich hab mir so viel Mühe gegeben dabei. Ich hab mir so viel Mühe gegeben dabei. Ui, pass mal ein bisschen besser auf. Der ist gestorben, scheiße. Der ist gestorben. Der ist gestorben. Der ist gestorben. Der ist gestorben eigentlich. Das war Argus und der ist gestorben. Ups. Und der ist gestorben. Oha, der war Zweiter. Ich bin schon wieder mal nach oben. Er wollte gerade auf das Dach und ich hab mit der Pröte geschubst. Ich hab ihn doch aufgehoben. Naja, ist du, ich glaub, dass er auf dem Disco, den ich geschmissen habe. Sicher? Das ist auch noch nicht. Ich hab ihn als geschubst. Der ist geflogen. Wo ist denn der? Ja. Wo bist du? Ach, da unten ist der, okay. Ääh. Da wo Binis und du auch ist. Nein, da hab ich nicht gesehen. Was willst du eigentlich heute von mir? Wo sind die denn? Oben auf dem Dach oder was? Ich möchte dir bitte den Boomerang von Dings geben Geht nicht? Nein, ich möchte ihn einfach nur geben, weil ich fühl mich nicht sicher Nein, das geht nicht Okay, das geht nicht, dann behalte ich ihn Aber du weißt, dass ich ihn hab Was soll das? Irgendwas hat geschossen Ja, das war da einmal, der hat aber daneben geschossen Also was heißt daneben, er schießt auf, Peter Komm her Oh, die da oben auf dem Dach stehen Guck dir das mal an, Ranger Mag das nicht, dass Kröte hinter mir steht Ich mag das nicht, hier oben so eng bei euch zu sein Nein Alter, er hat 23 Leben verloren Wie der einfach gesprungen ist gerade Hörst du, wie sie sich ausregt? Ja, ne? Echt so Nee, du hast mich runtergeworfen Ja, okay Ich möchte nur mal ganz kurz vorlesen Und zwar Ich habe dich so unglaub Glaublich Ja Wer Wo ist der Spray? Äh, hinter McDonalds dort wird die Autos warten auf ihr Essen Die können da nur von hinten hochkommen Hinter Fast Food Kette XY Willst du auch noch mit da rauf? Äh, ja genau das Wir machen den Geschützturm Warte, ich muss warten bis mein Spray wieder geht Spring auf Venus rauf Nee, du stehst schon auf Ah, scheiße Kröte, ich darf sie jetzt töten Das ist doch ein bisschen der andere hoch Nee, 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 nee Das ist übrigens Restaurant XY Wir haben jetzt kein Logo Genau, jetzt spring nochmal Genau, jetzt spring nochmal Ich darf das nochmal sehen da oben Nee, nee, nee Ich bin schon Jetzt musst du springen und ich auch und Venus muss aufstehen Spring hoch Okay, okay, okay Eins, zwei, drei So die Leiche vom Traitor, von Bastien im Auge behalten Dass er nicht wieder überlebt wird Okay Jetzt kommt gleich ein Thomas nach unten Das sieht ganz schön buggy aus Okay, warte, ich gehe runter Du sag es lieber nicht, sonst kommt wirklich noch einer Nee Nee, warte, 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 warte Ich hab ne Idee, warte, steh mal normal Ja, jetzt So, jetzt komm hier ran, genau Warte, ich sprang von einfach wieder Äh Ja, passt Rui hat auch Spaß mit der Leiche Wer ist da hinten? So, jetzt, du stehst nochmal, ne? Machst du hier, Daima, du kannst ja jetzt bitte hier ein bisschen hingehen, dann kann ich drauf springen Äh, okay Daima ist bei mir Geht das? Geht das? Geht das? Geht das? Bleib mal so, ich, ich will nicht auf Radioあと Stance Äh, Gefahrenturm Warte, Daima, Daima hoffentlich mal die Ecke bitte Warte, ich bin nicht geduckt, ich bin hoch Danke Alter, was ist denn das? Ich bin nicht geduckt, ich bin nicht geduckt Nein, oh Gott, oh Gott Ich bin drauf Ey, irgendjemand von uns ist doch hier Nein Ja Das ist ein Disco, das ist ein Disco Was, wo? Oh, oh Die war von Ranger Schade, warum ist das alles so kapriert? Wie gut das alles war. Das wäre jetzt lustig gewesen. Wie gut das auch sah einfach mal. Also ich geh mal weg, passt auf den Au. Achtung, da ist du da hinten. Der ist eigentlich da hinten in der Ecke. Achso, achso, lügen. Oh, ein toller Geschützturm. Was machst du denn? Wir könnten da mit nem Zirkus irgendwie auftreten oder? Echt so, ne? Verschöner jetzt das Frauenklo. Dalma, lebst du noch? Dalma? Der ist noch neben mir. Dalma? Also ich seh... Er ist erst neben mir, Kröte kannst du bezeugen. Kröte und Vinyus? Ja, aber warum sagt der nicht? Die müssen jetzt kämpfen. Die müssen jetzt kämpfen. Einer darf nur überleben. Er sagt extra nie. Ja, der springt da. Ja, ich seh ihn springen, okay. Ich weiß nur nicht warum. Ich seh ihn springen. Ja. I don't know why. Oh, 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 scheiße. Wieso war Bastien bei euch da hinten in der Ecke? Okay. Ja, weil wir da Spaß gehabt haben. Ich bin DT, ich darf das. Okay, das weiß ich doch nicht. Ich bin ja die ganze Zeit nicht weg bei euch. Du hast dich die gesamte Zeit wärmeis gesehen. Ich will ihn verstecken. Lass ihn da. Lass ihn da. Ich will ihn verstecken. Hallo? Nein. Das ist Kokolois. Da kommst du nicht. Oh. Immer noch nicht. Ich könnte jetzt in deinen Hintern schießen. Ja, aber dann würde Maschadier in den Hintern schießen. Ja. Was soll das? Na. Mann, der lag vorhin so schön auf der Ecke. Ne, Jos. Ja. 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 Das heißt, das ist mein Thema. Guck mal, wir konnten den hin. Oh, und ich hab gesagt, du machst gar nichts mehr. Ich hab grad noch wiederbelebt. Auf der letzten Rute macht er was. Ich muss erst mal das Vertrauen erhaschen. Wie ich dreimal auf Ranger geschossen hab, ohne dass er sich gewehrt hat. Wie scheiße das schon mal war, dass du mich da runtergeschmissen hast. Wie du mich wieder mit einem Headshot getötet hast. Ja, du standst oben aber auch einen Moment rum. Ist doch nicht so schwer. Gönn mir doch einen Moment wenigstens. Okay, wenigstens. Du 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 du. Da knallt es schon wieder aus allen Ecken hier. Ja, ich bin wieder dabei. Die Juma hat so was gemacht. Heute ist noch eine Session. Heute ist noch eine Session ganz schön wild. So, wir schließen Wetten ab. Ist es du oder ist es weh? Ich bin es nicht. Ich sag es ist du. Ich bin's auch nicht. Ich sag es ist jetzt Kröte. Ich bin bei Kröte! Und Dalva! Dalva und Kröte! Darf ich jetzt bitte wirklich da jemand umbringen auch? Nein! Gehst du jetzt weg! Lass mich vorbei! Ich lass dich doch vorbei, Kröte! Ich schieße jetzt hin! Ich habe leider vorbeigeschossen mit deinem Kopf! BAM! Geh weg! Wer ist das, du? Ich werd verfallen! Du hast mich gefasst! Warte mal, Warte mal, Wieners! Geh mal hier raus und guck mal hier unten! Pass mal auf, ich zeig dir mal was! Okay, wir malen jetzt mit unserem Sprut! Wir malen jetzt mit unserem Sprut! Siehst du? Siehst du meinen Schatten? Was wird das? Das könnte ein Herz werden, wenn man willst, oder? Okay, dann muss ich ein bisschen zurückgehen! Stu ist es! Nein, nein, nein! So, ich bin hier oben bei Stu! Um auf dem Dach! Oh! Kröte wurde getötet gerade! Kröte wurde getötet! Die war nicht oben, und hier oben bin Basti und ich! Ranger war bei ihr! Ich war gar nicht bei ihr! Unten im Laden! Unten im Laden! Er hat einen Boomerang gefunden! Ich hab, ich hab... Ich hab Kröte gefunden! Ranger, Ranger war auch hier unten gewesen! Er hat einen Boomerang gedorpt! Ich hab den jetzt! Wir hätten hier schon wieder eine Disco-Dings geschmissen! Ecke! Sorry! Also noch einmal und ich schieß! Ich hab keine mehr gerade! Schade! Na dann... Ist ja gut! Wer hat den Kröte erschossen? Ranger war's! Ranger! War Kröte denn... Der kam dann direkt hoch, ja! War Kröte denn... 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 Und wo ist sie erschossen worden? Im Laden unten! Unten im Laden! Ich kam dann rein und hab's gesehen! Da ist er bei mir! Da oben ist Render! Huch! Huch! Ich komm nicht rein! Wer ist alles jetzt im Laden? Ich... Ich nicht! Ich hab den Dete gerufen! Er sagte gerade... Vinius hatte gerade einen Baseballschläger... Also ich bin mir nicht hundertprozentig sicher... Basti gehst du bitte weg! Basti! Geh raus! Geh raus! Hau ab! Weil ich Dete bin und dir das sage! Ich hab gar nicht... Hallo! Masha! Masha! So! Man kann die Toiletten schaffen! Masha ist hier bei mir! Masha! 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 Scheiße! Nein! Ich hab sie gerade wieder belegt! Ah Scheiße! Masha! Oh Mann! Ich hab was denn auf die falsche Waffe gewechselt! Ich will noch sagen! Wie schlecht! Ich hab nicht gesehen! Nicht Traitor Express! Ich will doch sehen was ich will! Ah geil! Das stimmt! Äh... Wollen wir mal wieder äh... Waterworld? Ja gerne! Über die... Ach nein! Schade! Gibt's gar nicht! Über die Dächer! Ja jetzt haben wir Traitor Express! Der Traitor Express! Cool! Ja! Gut gut! Da ist äh... Im Traitor Express bitte darauf achten kein Thomas zu nehmen! Weil das wäre dann sehr sehr einfach alle gleichzeitig zu füllen! Bitte da kein Thomas! Ja die gehen einmal durch und dann sind alle weg! Genau! Okay dann nehme ich die Waffe als erstes! Haha! Haha! Du hast gesehen! Ich kann vom Surfer kicken mein Lieber! Haha! Ja du kannst! Machst du ja nicht! Richtig! Du bist ja lieb! Richtig! Da! Lade! 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 Ich brauche mal ein Bild hier irgendwie in meinem Ladescreen! Das sieht immer so langweilig aus! Lade! Das wird runtergeladen! Nein! Waaah! Sending Client Info! Ich hoffe nicht, dass ich wieder Spectator bin! Ich hab ja immer das Glück zu! Ich hab da auch immer das Glück zu! Also Marco, du bist dabei! Was war das denn, Venus? Du musst einfach öfter mit uns spielen! Ich stand neben dir! Aber ich bin leider Dete geworden! Oh, tschau! Du bist bei mir! Na meistens fragt der Kriter an! Ich hab dich gar nicht gesehen! Hallo! Und da ich ja meinen ganzen Kram alles im Schlafzimmer bauen musste! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Du wärst was runtergefallen! Fröte ist bei mir! Lech! Wo war ich hier in der Schraube? Dann bist du bald im nächsten Mal! Oh richtig! Ich kann mir kratzenmäßig! Das ist immer so ein bisschen tricky hier! Stu! Hä? Ja! Oh oh man rutscht! Man rutscht! Oh stimmt! Von der Schnelligkeit halt so! Stu ist es! Ich glaub hier unter uns ist jemand! Ich seh ab und zu ne Crober! Da hinten ist jemand! Er ist tot! 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 Nein, Stu! Nein, ich bin nicht tot! Ich bin nicht tot! Wo ist er? Keine Ahnung! Ich kann ihn nicht mehr erhaschen! Hier sind überall Flammen! Er hat mit nem Boomerang versucht auf mich zu schießen! Der Penner! Ich seh ihn wegen den Flammen nicht! Und Ranger ist hier oben! Und Ranger ist hier oben! Keine Waffe! Ich treffe es so nicht! Scheiße! Ich bin nicht runtergefallen! So ein Kacke! Bäh! Oh Kröte! Sorry! Ist das was passiert? Du bist es aber eh auch! Ich bin runtergefallen! Und ich bin einfach wieder gefangen! Der Boomerang kam zurück! Und ich bin einfach wieder gefangen! Der Boomerang kam zurück! Bastian ist bei mir! Will mit was schießen? Bastian! Ne! Was?! Wer war das jetzt?! Ich seh es nicht! Nein! Ranger ist es! Alter! Nein! Das ist auch das! Oh Gott! Kröte! Ah! Vor allem, wie sollte ich denn damit bei sein, wenn ich Spectator bin? Ja! Ich hab's bloß schnell gesehen! Und deswegen! Das sah gerade aus wie dein Name! Geht ja schnell! Oh Mann ey! Sorry! Wie schlecht ey! Das war zu geil! Oh Mann ey! Ich wollte! Beim Zurückschmeißen! Wir bleiben jetzt hier! Wir bleiben hier beide mit Dalmarock drin! Ich wollte! Ich wollte einfach hoch! Ich bin dann abgestürzt! Oh Mann! Voll doof gewesen! Ich bin doch lieber runtergefallen! Huch! Du hast gerade runtergefallen! Ich bin mit Minis hier! Lieber das als mit dir in einem Raum zu bleiben! Ich bin weggegangen! Ich hab den nicht rausgelassen! Wo kommst du denn? Oh ne! Hallo Mascha! Nein! Geh weg! Geh weg! Venus ist bei mir! Nein! Da lang! Hier! Oh! Machst du uns frische Luft hier! Oh! Hast du gesehen? Ne! Komm her mein Hase! Geh! Geh! Oh mein Gott! Was? Da mal! Warte, 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 warte! Was ist das hier? Was ist das hier? Hallo! Das ist ein Kissen! Oh! 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 Wie geil! Ich bin runtergefallen wieder! Ich will diese blöde Leiter hoch! Ich war auch später, aber ich bin runtergefallen! Ich fahre mir die blöde Leiter runter! Oh Mann! Das ist mir schon bei! Warte! Oh Mann! Entschuldigung! Ich hab doch vergessen, dass ich so dink will! Ja echt mal! Was hier? Entschuldigung! Hallo! Boah, die Map ist aber ziemlich laut, ne? Ja! Wie geht's? Wie gesagt! Du hast sie bestimmt schon eingestellt! Also ich auch, ich hab sie auch eingestellt, aber sie ist relativ laut! Du wärst tot? Sie ist relativ laut! Auf Videos war es! Ja, es kann aber noch keiner tot sein, weil es gerade noch Repairing war! Ja, das stimmt! Hast ja recht! Moin, jetzt meine Waffe! Geh weg da! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Wer auch immer! Wahrscheinlich nicht schon wieder von hinten! Danke! Dein Marock ist bei mir! Anus ist noch, ganz schön! Oh, du hast meine Waffe! Anius! Anius! Scheiße! Was war's? Anius! Warte! So, jetzt! Jetzt vorbei! Kannst du, willst du vorbei? Achso, ich kann jetzt vorbei, okay! Dann kannst du jetzt! So, ich versuch's noch einmal jetzt! Und? Kannst du dich von der Seite ranspringen? Wuuui! Hallo! Hier ist der Dede! Hallo! Hä? Binius ist hier! Hallo! Binius? Immer schon! Kumpel! Hallo! Hi! Hi Kröte! Ja! Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Scheiße! Er hat Baby bekommen! Er hat Baby bekommen! Er hat Baby bekommen! Ranger! Ja! Scheiße! Wenn du's doch! Bei dir Kröte? Nee, eigentlich nicht! Also... Aber... Glückwunsch! Hallo! Das ist doch schön! Nee, bist du ein Battlet! Oh mein Gott! Alter! Hallo! Hallo! Miss Kokolorus ist bei mir hier oben drauf! Lass ihn, lass ihn, lass ihn frei! Lass ihn, lass ihn frei! Sogar die Schossen! Gott! Jaaa! Auf wen schieben! Ich fühl mich grad bisschen alleine, weil ich nicht weiß, wo ich bin! Was ist denn? Wen hat'm dir jetzt umgebracht? Ich bin direkt über die Neue! Die hätt ich grade schon weggeschossen wenn ich's nicht hätte! Hallo?! Ich verschreckt! Komm, stehst du da? Direkt auf die Karolaisen! Ja, ich merks schon! Kann ich dich von da ausschubsen? Ich hoffe nicht! Ich will vorbei! Dann geh doch! Ihr blockiert mich beide! Ihr schwebt mich die der Mascha! Ah, uuuuh! Hallo? Oh, 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 oh! Oh, fuck, 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 fuck! Ich blockiere dich gleich mal. Oh Mann, Leute, das ist gar nicht witzig. Äh, Dalmer? Ja, der war gerade bei mir noch. Nee, der ist, glaube ich, gerade runtergefallen. Oh, sorry, sorry, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ich glaube, Dalmer ist gerade runtergefallen. Bei mir ist... Ja, Kröte ist jetzt... Wie ist das? Wie ist das? Ich wollte sagen, nichts du. Ja, ich meine Gott. Alles bloß nicht du. Mir passiert das meistens. Kann er eigentlich keinen Traitor, wenn er irgendwas aussuchen wollte? Ja. Ne, Dalmer ist, glaube ich, runtergefallen. Weil ich habe ihn gesehen, er wollte auf den ganz furtesten, auf diesen Kohle-Waggon. Und da war er dann unten bei der Leitung schon gerade. Ja, scheiße, komm ich schon wieder weg? Also ich glaube, er ist wirklich da runtergefallen. Nein, der war schon. Nee, bist du, lebst du noch? Nein. Mein Halt, ich muss schnell aussteigen. Warte, 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 bleib stehen, bleib stehen. Kannst du mich jetzt nochmal umbringen, oder was? Nee, ich helfe dir nur schnell aussteigen. Nein, der Dete, der Dete wurde aus dem Zug geschmissen. Der Dete wurde aus dem Zug geschmissen gerade. Das war hinten irgendwo. Ich habe es nicht gesehen. Warte, ich rufe Polizei. Weiß nicht, ob das erfolgreich ist. Oh, oh, oh! Du? Wo? Masha, 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 Masha! Masha, 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 Masha! Ah, nein! Alter, Leute, kommt wo ich spenden, ich komme nicht weg! Mir passiert das nämlich auch immer, wenn ich Traitor bin. Wenn ich dann was aussuchen will und dann auf einmal... Äh, Spike! Ich hänge hier da... Wie mache ich das hier? Doch! Hä, wie bist du denn da hingekommen? Ich bin gefallen! Äh... Ich hänge hier dazwischen. Ja, das ist die neue Map, die wir haben! Das ist eine neue? Ja, die hatten wir vorhin, äh, wo du noch gelassen hast. Ach so, ach so. Hm, die hattet ihr schon aufgenommen. Nee, die haben wir noch nicht aufgenommen. Da haben wir noch vorhin probiert. Genau, das war unsere Einspielphase quasi. Genau, das. Zumindest zum gucken, ob bei allen die Map geht, ja. Ja, bei mir lädt er die dann halt noch mal runter. Kann sein, dass ich wieder Spectator bin. Oh nein! Ja, bei mir auch, komischerweise. Bei mir steht auch Downloading-Map. Ja, ich hab das auch alles. Äh, Stu ist schon mal da? Bei mir hat er auch noch mal runtergeladen. Äh, äh, hier hinten kommt jemand? Daima ist da? Kröte ist da? Hm? Bei mir steht immer noch auf Downloading. Ach so, bei mir kommt, ist ja eine kleine Info. Ich komm dann gleich. Ja, aber ihr seid schon auf jeden Fall bei mir drin. Oh, wir sind zu sechs. Schön. Nö. Ja, ich bin auch drin. Ja, Masha spielt Peter. Oh ne, dann bin ich auch... Ja, das können die mal ruhig machen, glaube ich. Also dann... Hallo? Ja, als wenn ich das verdient hätte, wüsst. Ja, du nicht, aber Masha. Ja, die hat er verdient. Was? Will die jetzt killen? Ich hab meinen Spray oder? Sonst machen wir einfach ganz schnell... Nein. Spray ist nicht. Ja, deswegen. Ach, die Map ist das. Eine Killingrunde und dann... Mit dem Auto. Mit dem Auto. Seid ihr wieder da. Genau. Cool. Weil so lang geht die... Äh, ist die Aufnahme eh nicht mehr. Aua! Ne, nur noch ein paar Minuten. Ist schon jemand gestorben? Du ist gerade jemand gestorben. Dann machen wir einfach schnell eine Killrunde. Wartet mal. Müsst ihr nicht machen, macht ruhig eine normale. Das ist egal. Ich trink meinen... Ich trink meinen türkischen Apfel. Jetzt hab ich's zu schon getötet. Haha, siehste, das geht so schnell hier bei den Jungen. Ja, okay, super. Aber ich... Schwerter. Super, danke. Ich hab ne Talmar-Krossensauble, oder? Ne, wen hab... Ne, wen hab... Ne, wen hab... Ne, wen hab... Ich hab ne Torwart drin. Lass mir da die gehen, mein Lieber. Kann man eigentlich durch dieses Loch hochspringen? Dieses Orangene Loch. Da hab ich's aber mit den Headshots. Orangene Loch? Ne, ne, ich glaub nicht. Ne, ne, ich glaub nicht. Ich will Venus mal als Traitor-Team-Kollegen haben. Ich glaube, das wird Spaß. Alles gut, Orangene. Nein, ich glaub nicht. Ich wollte das nicht haben. Also richtig. Mar, ich will deine Headshots bitte bei... bei mir auf der Seite haben und nicht selber abbekomm. Achso. Ja, das, das, das ist, äh... Das kann ich nachfrischen. X. 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 Guck mal. Wir sind jetzt das alte Ehepaar und, äh, tun jetzt mal hier die, äh, scheußliche Jugend. Guck mal, wie schnell der Jungen da fährt. Äh. Geht da gar nicht. Guck mal da hinten. Der kracht schon wieder von diesen Pumpen in den Herzen. Und da fährt schon wieder einer so schnell. Oh, ja. X. 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 Das ist eine Traitor-Dings hier. Hier, wo ich jetzt bin, auf dem Dach, schau hier, steht nämlich so ein Kasten, so ein Elektronikasten. Und den hat der Traitor in die Luft gejagt, als ich gerade hier hingelaufen bin. Wo ist denn die alte Oma? Der ist du. Da ist oben, über dir. Ich weiß nicht, wen du meinst. Das ist die Oma, die so einen ganz schnellen Transfer gemacht hat zum Opa und dann wieder zur Oma. Das ist so eine wechselwarme Perso- Oh, wer ist denn hier? Das ist Dalmar. Wer ist hier noch? Die Mascha und da hinten springt der Dete umher. Wo bin ich denn hier? Ja, hier kannst du drauf eingehen. Ich bin jetzt im Schrank. Ich weiß nicht, ob ich das gut ist oder schlecht ist. Dalmar. Dalmar schießt auf mich. Er hat auf mich geschossen. Wo? Dalmar ist es? Okay, Louis lebt noch. Dalmar ist jetzt ganz oben auf der Dete. Also Dalmar ist zum Abschuss freigehen oder was? Ja, weil er auf mich geschossen hat. Ich weiß es nicht, er ist nach dem Schuss gleich weggerannt. Jetzt springt er auf die Straße. Jetzt ist er gestorben. Da ist jemand gestorben gerade neben mir irgendwo. Er war innocent. Hä, wieso hat er dann auf mich geschossen? Ich hatte 50 und dann hat er geschossen und ich hatte 27. Also jetzt habe ich 27. Aua. Oh, mir doch nicht den Dalm ans Gesicht. Dalmier pro domo. So, warum ist das Auto? Kröte und Dings sind bei mir hier. Ich wollte gerade fragen, ob das denn hier ist. Ich bin hier in der Duscheblut. Danke, ich bin Dings. Warum ist er in der Duscheblut? Ja, Entschuldigung. Hallo, ich bin Detektiv. Alles gut. Ja, du bist Detektiv. Alles in Ordnung. Komm mir am besten nicht zu nahe. Ich habe den Flopper. Wenn du verstehst, was ich meine Hut verspricht. Ich bin hier. Marsha. Und ich bin am Seil hoch. Auf Magen. Schieß mal da mit. Ja. Ich. Okay. Kommst du jetzt aber her, Kröte. Ja. Dann sind wir alle jetzt auf dem Dach. Und angehopst. Das gefällt mir nicht. Ihr wart ja beide die ganze Zeit so ruhig. Was ist jemand runtergefahren? Ähm. Ich habe mich gerade explodiert. Da bin ich. Da bin ich Detective. Ach Gott. Du bist bei mir hier. I is you. Hier ist überall Blut übrigens. Ja. Ranger. Ranger? Warst du? Ah ne, du warst ja noch am Leben. Ja, genau. Dann nach dem herr Kröte. Kröte, du bist runtergefahren. Ja, aber ich habe nur zwei Schadenmuchze. Achso. Bing, bong, bong, bing, bong, bing, bong. Max, du machst mir so ne Geräusche. Bing, bing, bong. Hast du die Waffe gerade auf Anschlag? Bing, 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 bong. Nur jetzt, ey. Äh, nein, hör auf, hör auf. Boah. Schieß dich ab, wenn du mich nochmal runterschmeißen möchtest. Schieß dich einfach ab. Ja, aber kurzer Prozess. Immer wie die Jugend von heute. Nein, hör auf, fuck. Ich habe ja auch nicht gemacht. Nee, aber du wolltest. Ja, ich habe ein Fenster zerschossen. Du bist Kogolores. Allgut. Ja. Was ist denn das, wenn du mich da auf Gefühle hatte? Du wolltest schon wieder machen. Du wolltest mich schon wieder rutschen. Aber man schützt doch nur einen Zentimeter. Hier ist doch gar nichts, wo du runterfallen kannst. Ja, vielleicht rutsche ich auch hier runter. Ach. Du kennst doch die Map bestimmt. So ein Quatsch. Ich kenne die, wir brauchen noch nicht. Für mich steht es ja auch neu. Haben wir jetzt großen Schaden gemacht? Ja, 12. Weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Oh Gott. Das verursacht bei mir ernsthafte, emotionale Schäden. Oh, nee. Was sollst du empfinden? Ah. Kann ich hier auch noch eine andere Waffe haben? Oh, wir können. Marsha? Hm. Okay. Machen wir die Waffe. Rang, an die Dauer? Ja. Okay. Die Reifel. Ich habe die Reifel. Gute, höre ich. Höre ich den Däte? Den Däte, der sich da hinten sprengt. Ja, ich bin doch da. Alles gut. Also noch einen Weg, bis du gleich... Er sprengt hier überall rum. ... ins Gesicht los. Hallo, Raga. Du bist satt. Die Louis ist bei mir. Ja. Hallo. Weiß nicht, aber mein Bauchgefühl sagt mir bisher Kröte und Raga. Okay. Der Ranger. Jetzt hast du uns... Oh, scheiße. Jetzt musst du uns auch umbringen. Oh. Bring. Warte, ich bin runtergefallen. Darf ich auch schon umbringen? Nee. Nee, nee, nee. Jetzt muss der Däte machen. Jetzt ist es auf Kröte. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Nee, Piu, Piu. Piu, 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 Piu. 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 Er schmeißt den hier immer in den Disco. Ich weiß es nicht. Ich habe... Ich habe gerade... Nee, ich habe noch nicht immer... Nee. Ich habe da nicht immer irgendwo eine Bombelehr gefunden. Raja. Hm. Mag ich das nicht, wenn du... ... dass du mit einer Shotgun auf dich reinkommst? Oh, der Pool. Das ist schon heiß, ne? Achso. Hä? Wie bist du aus... Hä? Was? Oh, oh, sorry. Komm einfach so geschossen, wer ist denn da oben schon wieder auf dem Dach? Der böse Zeigefinger. Ah, oh. Kröte, ey. Kannst du bitte einmal mit der Waffe schießen, Ranger? Raja. Dankeschön. Ranger. Das Krötebild ist super. Du hat... Du, was hast du? Hast du eine Deagle? Also gleich bricht das Chaos aus, ne? Noch 35 Sekunden. Warum habt ihr alle eine Deagle? Ja, klar. Also ich habe eine Deagle. Alle Deagle. Gleich... Gleich wird's hart. Ah. Irgendwer ist gestorben? Vielleicht wird's hart und drückt. Nee, ich habe einfach nur in der Luft geschossen. Masha? 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 Ich glaube, Ranger hat gerade Masha getötet. Nein, hab ich nicht. Oh, hab ich nicht. Doch, der liegt schon so. Ich hab jetzt keine Runde schwimmen gewesen. Äh! Ich hab jetzt keine Runde schwimmen. Ich hab jetzt keine Fresse bekommen. Er hat eine Taube in die Fresse bekommen. Oh, leid. Warte mal. 10 Sekunden dann. Oh, Ranger ist... Oh Gott, aua, aua, aua! Kini ist es hier bei mir noch. Machst du das Kröte mit der Taube? Alles gut, ich bin die. Nein. Oh Gott. Was machen die denn da hin? Manno! Scheiße! Ach man, ich wollte den Thomas... Aber mit Ranger, Masha war gut! Du hast ja so gut. Miss Kokolores hat Ranger mit einer Taube auf abgeschossen. Ja, aber du kommst so verdächtig an um die Ecke, als Ranger Cut gestorben ist. Scheiße! Vor allem, das sah so episch aus. So, wir sind jetzt bei fast 33 Minuten. Ah, Manno. Ja. Das war voll super. Wenigstens zwei Kills. Geht dir eine letzte Runde auch noch, oder? Ich hab gar nichts. Ich wollte eigentlich mit dem Thomas, deswegen hab ich eine normale Deagle gehabt. Komm, eine Runde geht noch. Damit wir die best komplett haben. Okay, eine Runde geht noch. Aber Basti, weißt du, ich lauf da hin und du lässt uns explodieren. Das war voll gut. Ich hatte voll das gute Alibi. Ich hab nicht gesehen, dass du noch Trader warst. Ah! Mensch, warum komm ich jetzt hier rüber? Duck jump. Boah, das war super. Boah, jetzt hab ich Schaden. Alter, egal. Boah, jetzt will ich eine Waffe haben. Ich bin Inno. Ich auch diesmal. Boah, Mann, schon wieder. Inno. Inno, Mann. Aber endlich hab ich mal jemand mit der Taube geschossen. Wer hat die Tür geöffnet? Wer war das? Ich war das. Ich hab noch nie die Taube verblendet, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer sieht mal mehr aus? Vinius ist bei mir. Oh Gott, ich wollt grad einfach rüberlaufen. Das ist unser Haus. Oh Mann, ey. Ich war hier unten noch nie drinne. Inno, inno, inno. Was ist das? Ja, da kann man in den Keller reingehen, ne? Da muss aufpassen, da kann man Giftgas, äh, kann der, kann der Trader machen. Was, hier? Ja. Im Keller. Du, bist du es? Irgendwie kann er da Giftgas machen. Ich bin's nicht, du musst es nicht. Aber das merkst du, weil dann riegelt sich alles auf einmal um dich. Warum redest du nichts? Was ist das? Äh, hier ist grad irgendjemand umgefallen oder es war ein Dembaker. Ich lebe noch, ich lebe noch. Hier unten ist. Ah, das ist wirklich die Kröneforsorge. Hä? Was ist mit mir? Ähm, hier liegt's übrigens. Warum redest du nicht, du? Ja, weil, hier hat jemand Daimar getötet, ihr Säcke. Ich hab jetzt auch einen Bumerang. Unten im Keller. Das Schlimme ist, dass du nicht hast du getötet. Masha! 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 Ich hab Masha getötet. Super. Sehr schön, ruhig mal zur Leiche. Ja. Daimarock liegt hier. Miss Kokolores ist auch tot. Achso, die wurde von der Masha. Ranger? Was machst du jetzt? Ja, Micha ist es noch. Er hat das Dom gebracht. Oder andersrum. Ranger, was machst du hier? Ich hab Masha erschossen. Du hast den Bumerang aufgehoben, ne? Ja, genau. Warum? Weil ich den haben wollte. Achso. Ja. Gut. Ranger bleibt da unten. Ich glaube hier unten mit Garantie nicht, weil hier kann das Giftgas austreten. Ich hoffe bloß nicht, dass du Traitor bist. Sonst hätte ich nicht Masha erschossen. Hallo? Ja, das ist... Das ist... Das ist so ein Ding. Das ist so ein Ding ist das. Wer ist denn noch am Leben? Wer ist denn da noch tot? Daimar ist tot. Louis ist tot. Louis und Masha ist tot. Ja, Louis und Masha. So, dann ist der... Stu ist noch, ne? Du Kröte. Mal da. Warte, 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 warte. Warte doch! Komm nachher! Was denn? Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab die da nur hingelegt. Ich hab die da nur hingelegt. Ist auch noch irgendwas. Äh. Hast du jetzt... Wer ist denn hier... Wer ist denn hier noch Traitor? Daimar! Du lebst wieder. Ups. Daimar! Ähm. Bleibt ihr jetzt da, oder wie? Wir müssen... Wir müssen jetzt wieder raus, ne? Also... Super, du wirst... Warte doch jetzt mit, Daimar! 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 Stirb! Daimar! 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 Was denn? Komm mit! Warte! Warte! Zahle! Habt ihr den... Habt ihr den wiederbelebt, oder was? Ja... Ja, Hammer! Aua! Alter, ich hab Wasser gekriegt! Wo? Ah, ich auch! Keine Ahnung! Licker! Da oben! Da oben auf dem Dings! Daimar! Jetzt kann er nicht schwimmen! Du ist das, ne? Ich hab Mascher nur ersaufen lassen. Bleib endlich unter Wasser, du olle Nuss! Fahr zur Hölle! Fahr selber zur Hölle! Und wieder zur Hölle! Nein! Noch mal zur Hölle! Oh, schieß doch auf mich! Sorry, sorry, sorry! Hörte, warum? Ja, jetzt... Oh, Alter! Ja, dann bist du's doch! Ne, ich bin das nicht! Ich bin Inno! Ja, sicher? Ja, ne, wenn das du noch lebt... Ja, erst du ist tot! Du ist tot! Ne, ich bin aber wirklich Inno! Ich bin wirklich Inno! Hier liegt der... Umraum! Ah, mein Gott! Es sind alle Leute tot! Na, guck mal! Dieter? Ach, Wenios! Du alte Kackpratze! Äh, 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 äh! Das bin ich jetzt aber frech von dir! Das ist mir sowas von Wumpa leer! Kannst du bitte irgendwo runterspringen und sterben? Das wär sehr nett! Okay! Darf ich dabei auf dich drauf springen? Nein! Dafür bin ich persönlich nicht zu haben! Oh, komm, ich hab ein Jetpack! Warum kauft man sich ein Jetpack auf deinem Web? Weil's von oben schön aussieht! Oh! Ist das jetzt blöd? Oh, heißt! Hallo! Guck mal aufhören mit der Scheiße! was ist die polizei dann war es das mit dieser folge hier vielen dank fürs zusehen vielen dank an meine ganzen mit traitoren und traitorinnen und wir sehen uns beim nächsten mal wieder links in der beschreibung vielleicht tschüss junge damals war das gerade